Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Necooker aufs Boot und ja, der gute Kinzirbel ist auch am Start. Moin! Gebt mal laut, Alter! Ja moin! Was geht denn? Ja und wir spielen hier zur Abwechslung mal Minecraft, Skies related, Aquarian Skies, was auch immer. Ja, und... Hast du grad zur Abwechslung gesagt? Ja. Wie sucht denn das in letzter Zeit, ey? Ach, so ist das. Jetzt hab ich das Gefühl hier so ein bisschen... So, ich brauch mehr Bricks. Ah! Tonbricks. Von hier kommen wir auch aufs Dach. Das ist ja witzig. Ah, Mann, der ist immer noch nicht fertig. Mann, dieser scheiß Ofen, der ist zu lame. Du bist einfach unorganisiert. So. Wieso? Die meinen guten Redstone-Furnace nicht in den Dreck. Ist aber so. Du bist scheiße. Ist aber so. Nein, das nicht. Alte Bitch. Du kleine... Hupfdole. Also ich wollte jetzt eigentlich ein anderes Dach machen. Pisch. Das sieht doch scheiße aus. Das reiß ich gleich wieder ab. Nein, das sieht total toll aus. Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Ich zeig dir was schöner aussieht. Ich komm da mal hoch. Nein, das rückt jetzt so. Ich komm da jetzt mal hoch. Du machst doch da überall Bricks drüber. Ne. Ich wollte anders machen. Der Bricks. Ich wollte anders. Wenn du ein Gebäude erfindest, dann kannst du das ja machen wie du bist. Hahaha. Ja, ich habe Fast Food erfunden. So. Ach, schade. Ja, fertig gemacht. Ja, von und zu. Ja, bitte. Ich hätte so Bock, ey. Ich hätte so Bock. Pass auf, ich habe... Hammer time! Warte, ich schneide dir die Haare. Wenn du jetzt alles mit Bricks voll machst, sieht das echt stylisch aus. Na, ich weiß nicht. Ich will wirklich... Ich guck mir das mal an. Hui. Oh, was ist das denn? Wo hab ich den ganzen Clay her? Ja. Vielleicht gebrannt. Weißt du eigentlich, dass es ziemlich lange dauert, ähm... Oh. Darf ich ihn... ...zuspringen? Ja, mich nicht erwischt. Ähm, 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 ähm... Treppen zu machen aus Bricks, hier. Ja, das erwähnst du so in den letzten, äh, keine Ahnung wie viele Minuten... ... ständig. Habe ich das schon gesagt? Ja. Ja, aber es nervt auch. Du hast übrigens einen zu viel gemacht. Obwohl, wenn ich... Ne, ich lass ihn überstehen, ganz einfach, genau. Ne, dann hast du einen zu wenig gemacht. Du hast einen zu wenig gemacht. Jetzt hab ich kein Oakwood dabei. Ich? Ja, wenn wir das hier so machen wollen... Ich mach mal einmal da einen hin. Und dann... So. Und dann nehm ich den wieder weg. Wo ist denn meine Kacke? Das ist doch Kacke. Wo ist meine Kacke? Was machst denn du da? Ja, warte mal. Du sollst doch direkt Bricks, äh, Stairs dran setzen. Dann ist das auch... Dann passt das auch. Klar geht das. Du kannst nur... Ja, ich wollte aber... Ich wollte das Dach überstehen lassen, Freundchen. Warte. So. Das sieht scheiße aus. Nein, das sieht toll aus. Ich muss es nur von hier machen. Aber dafür muss ich auf einem Block stehen, nicht auf einem Slap. Nee. So. Ich hab den, äh, Dings erhöht. Den, äh, Leuchter. Ja. Ich hoffe, das ist dir jetzt genießen. Solange du ihn nicht erniedrigst. Ich bin Kinsey, ich mach doofe Witze. Nein. Ich mach auch Seifenblasen. Wir lieben uns. Ja. Ganz doll. Richtig hart. Sag mal. Sag mal. Sind die jetzt gerade auf den Server gekommen, haben geschlafen und sind wieder runter? Weiß ich nicht. Du hast gerade eine Fliege gefangen. Willst du das haben? Ich verstehe es gerade nicht. Nee, nee, ess du ruhig. Okay. Romm, 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 romm. Äh, ich verstehe es nicht. Äußerst merkwürdig. Ist er denn jetzt hier mal mit den Bricks fertig? Ja, zwei Stück noch, oder was? Wieso sind das nur 63? 62? Egal. Hey, aber weißt du was? Man kriegt nur Erfahrung vom kleinen Ofen, vom Redstone Furnace, kriegt man keine, oder? Ja, Erfahrung brauchen wir auch unbedingt. Ja, brauchen wir. Doch, kriegt man auch. Alles gut. Also ein Donkey spricht nicht auf Heuballen an. Nee, der spricht auch kein Französisch. Und Heuballen sprechen Französisch. Ja. Aber wenn ich den mit rechts anklick, dann macht der... Wow! Was? Der macht wow? Wenn ich den mit Heuballen mit rechts anklick, dann geht er vorne hoch. Okay. Wenn ich den ohne Heuballen vorne anklick, dann reite ich auf ihm. Ah ja. Ohne Sattel? Ja. Echt? Hat mich gerade auch voll gewundert. Kannst du ihn denn halten, oder schmeißt er dich runter? Dann... Ja, er geht hin, wo er will. Ah, ja. Heidanei. Dann passt es ja auch. Dann sieht es auch viel schöner aus. Nee, gar nicht. Yallo! Gar nicht. Probleme? Puh. Haben wir hier noch ein Pfer... äh, ein Pferdenschaf? Verdammt, wir haben nur ein Schaf. Das ist schwierig zu ziehen. Wir hatten noch zwei Schaf. Alter, dann ist eins runtergefallen. Ah, fuck. Was machen die denn da? Die joinen die ganze Zeit und dann lieben. Oh, hier sind Schweine, die ich schlafen kann. Ich weiß nicht. Was gibt das für Fleisch? Ich glaube, ich kenne langsam das Problem von deinem Server. Raw Pork Chop. Hm. Das ist es nicht. Wenn ich Kühe umbringe, was kommt dann raus? Raw Beef. Okay. Dann muss ich auch noch Kühe züchten. Du hast ja genügend Fläche jetzt. Oh, kleine süße Kuhis. So. Ach, kann ich ja von da. Da kann ich ja noch ran. Okay, da steht... Kelbschies gemacht. Sehr schön. Also, ich habe es nur eingeleitet. Ich habe es nicht selber gemacht. Ach so. Langweilig. Toast. Ich brauche Toast. Wenn ich den jetzt von hier setzt, dann geht das ja nicht. Oder? Und... Na, scheiße. Ach, fuck. Kacke. Ist mir das egal. Scheiß auf den Überstand, ey. Joink. Ich habe mich noch weg. Kecksdreckkacke hier. Scheiße mit der Scheiße. Ja, sagst du was. Toll. Ein Viertelherz gab es nur. Ich fiss mal gern, was wir machen. What the fuck. Hier, die schwer arbeitenden Jungs müssen auch mal was essen. Verdammt. Oh, dankeschön. Was ist denn das? Ein Hamburger? Den werde ich mir direkt einverleihen. Direkt. Auch wenn ich drei... Leere Balken habe nur. Hast du weniger... Hast du mehrere leere Balken? Ich habe einen, aber ich werde es jetzt nicht futtern. Ich mache es in die Futterkiste. Ich habe ihn gegessen. War lecker, dankeschön. Hast du gut gebraten. So bin ich zu dir. Ähm, 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 ähm. Wollte ich ihn jetzt machen. Leder. Du brauchst es doch mal für irgendwas Leder, oder? Für Bücher, ja. Okay, ich mache es dir mal in deine Dreckkiste. Ich habe nämlich gerade Leder. Das finde ich gut. Wenn du davon noch mehr hast. Ich kann aber auch anders Bücher machen, hier in der Mod. Ähm, mit diesem pulveristen Holz, oder was? Ähm, nee, mit, ähm, Pattern. Pattern? Pattern. Naja, ist ja egal. Es kommt ja Leder raus, wenn ich Kühe schlachte. Also, das ist quasi ein Nebenprodukt. Ja. Das war es schon mit Stairs. Oh mein Gott, das wird dauern. Ähm, guck doch mal das Dach. Du kannst dir bestimmt schon vorstellen. Und wenn es in deinem Textepack scheiße aussieht, nehme ich was anderes. Ne, ich finde es schön. Ja? Sehr gut, sehr gut. So wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr gut. Versuchen mal, ob ich einen Fischberger machen kann. Passt ja auch. Tonziegel aufs Dach. Ja. So, so baut man eben. Ach ja, das ist der Netherrack. 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 Hast du schon gesehen? Hier. Toll, oder? Fisch. Mich gibt es zweimal. Einmal als Kiste und einmal als Kindi. Na, so. Ein halbes Mal wird mir auch reichen. Oh, ja stimmt. Ein halbes reicht von mir. Und mein Poll ist ja, ja. Weil ich bin so toll. Ich brauche Mayonnaise, Brot und rohen Fisch. Von mir braucht man nur die Hälfte. Ja, dann brauchst du Essig irgendwo her. Sonst kannst du ja keine Mayonnaise machen. Und Eier. Nein. Ich brauche nur Eier. Du brauchst nur Eier, um Mayonnaise zu machen. Die Mayonnaise würde ich sehen. Das Geile ist, weißt du, wo die Eier reinkommen? Nein. In den, wie heißt das Ding? Squee? Nee, Safter, dieses Ding. Ja. Da musst du Eier reinmachen, da kommt Mayo raus. Da fehlt aber noch Essig und Öl. Ja, nee. Hier in Minecraft nicht. Aber Öl gibt es hier sogar. Ja, ich weiß. Aber das brauchen wir doch, finde ich. Zack. Ach, ich habe ja noch ein paar Bricks. Einige Bricks. Ich wüsste mal gern, was die da für ein Problem haben. Es meldet sich aber auch keiner. Naja, machen wir erst 32. Und dann 16. Dann haben wir 41. Ja, keine Ahnung. Achso, da sind die 50 Bricks. Kann ich 8x4 Stufen von machen. Das sind 32, genau. Achso, da haben wir noch irgendwo einen Fisch. Ja, stimmt sogar. Ich glaube nicht. Nee, musst du angeln gehen. Da muss ich kurz angeln. Du, 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 du. Flingt nach Fisch. Bin jetzt noch drauf, ja. Wollte ich mir gleich. Boing. Ups, das war es nicht. Verdammt. Komm, Putty, Putty. Fischen macht voll keinen Spaß. Nö, findest du nicht. Hat es keine meditative Wirkung auf dich? Null. Nein. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, nur Drucker. Ich bin gerade ganz konzentriert am Dach bauen. Ich bin schon ein bisschen paralysiert. Hä? Guten Morgen. Ah, verdammt. Zu lang. Oh, komm. Boah, das gibt's doch nicht. Hab heute eine Reaktion gegen Amboss. Oh, Mann, das dauert so lang. Ich meine, ich hätte genügend Ton, denke ich schon. Aber es dauert einfach so lange. Ich meine, ich hätte genügend Ton, ich denke schon. Ja, nur ein Tonka rappt. Dunkel. So, dass der Bär steppt. Was? Was ist das denn? Straw? Was ist denn mein Straw? Strohhalm. Ich kann Strohhalme machen. Okay. Ich mach mir Strohhalm. Das brauchen wir doch bestimmt später für Cocktails. Du hast da jetzt noch gar keine... Was? Verwendungsteck oder was? Du hast da jetzt noch gar nichts dafür. Nö, doch. Ja. Und das war das Wort, was ich besucht habe. Aber ich kann sie machen. Ich hab noch ein Ink-Sack. Wo hab ich... Wo hab ich denn ein Ink-Sack her? In meiner Dreckkiste. Er hat mir stundenlang auf die Eier geheht. Ja, Moment, Moment. Das würde aber bedeuten, ich hab den irgendwo her. Ähm. Hat man den vielleicht mal als Belohnung bekommen? Juhu. Ähm. Keine Ahnung. Eventuell, aber... Ich hab noch drei Wolle. Wie viel Wolle kann ich denn damit färben? Nur eine, ne? Ja, nur eine. Gott. Ja, da brauch ich ja noch nur zwei Ink-Sacks. Habe ich jetzt alles? Ah, die Mario muss ich noch holen. Mario, Mario, Mario. und das ist skillet 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 da ist es so so fish sandwich ready dann brauchst du noch nehmt nicht okay hätte sonst so du kannst du noch mal zwei quests abgeben im futterdings ob es mein questburg wahrscheinlich im goldenberg auf holen goldenberg auf holen you know what i mean oh wir haben noch 32 leben salad dressing kann ich nehmen auch sehr schön ja kannst du ja durch deinen strohen ziehen burger flipper bist mir auch so burger flipper und und dann kann ich ja auch noch fish food machen du kannst das machen ab annehmen du brauchst ja nur noch lettuce ein farmlabor das ist ein farmlabor da brauchst du nur eine tomate und dann musst du hearty breakfast zu bereiten und tasty pasta ich glaube das wird noch mal ein bisschen kompliziert die pasta meinst du ich meine ja aber ich weiß es nicht nur spaghetti oder spaghetti müsstest du ja aus weizen herstellen können und wasser spaghetti theoretisch ich brauche tomate pasta und spicy ließ wo bekomme ich die denn her spicy ließ vielleicht von der bell pepper irgendwas muss man mal gucken was da so rauskommt pasta wird auf jeden fall aus mutter aus wahrscheinlich noch das gemacht hast du hast da aus butter aus butter und darf ist das weizen keine ahnung ich ernte mal bell pepper okay und bekomme bell pepper aha paprika okay ich ernte sie trotzdem alle mal so da habe ich mehl was brauche ich jetzt noch salz und wasser das kann ich dann in der bohle mischen salz weiß ja mal was herkommt ne salz habe ich noch gibt es sonst auch wieder neues im sludge boiler ja und dann brauche ich jetzt mal ein eimer damit ich ein wasser wir machen unser salz aus abfall das ist doch super machen auch sie mit für die umwelt genau für die umwelt uh ouchen aber ich hab mir mein bein gebrochen gehe ohne mich weiter ja mach ich kein problem ja ne hau rein wir sehen uns putze oh ich kaffee kaffee ich werde ich auch geil ja da ist er weg du darfst hey die kaffee beanie ist ja geil ich ernte sie und sie ist direkt wieder voll hier wo ist sie denn jetzt noch mehr pflanzen dann brauchst du noch butter butter ist einfach am besten blackberry ey wir haben blackberry wir können telefonieren und wer von den zuschauern mir sagen kann aus welchem film butter ist einfach am besten wie ich das gerade gesagt habe kommt der kriegt definitiv irgendwas geiles von mir und ich rede ich rede nicht ich rede nicht von nacktbildern tomato gut aber meierlich butter ist echt das beste das kann doch nur aus dem porno kommen nein oder aus dem kochstudio nein siehst du hast keine ahnung habe ich auch nicht keine ahnung weiß ich nicht muss ich mir mal erklären nach der aufnahme bei sie lieben ah ja machen wir so genau wo gibt's die oben saplings unten erträge ne ok und holz pack ich dann meine kleinen kiste woanders also aus kaffee kommt nicht aus sojabohnen auch nicht das sind tomaten tomaten habe ich blackberry bell pepper brussels sprout habe ich auch keine ahnung ich habe auch noch eine golden lantern warum habe ich eine golden lantern hast du mir die zugeschmissen eventuell ja habe ich jetzt einen bauernhof gehängt die drei sie lief wo kommen die her die tüte 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 eine ecke das er jetzt an die große kiste angeschlossen angekommen die kleine weis lieben doch sehr gut das hat er ja richtig gemacht aber da da war doch gerade So, Awkward Planks kann da rein, Slabs, Slabs, Plank, Slabs, Dirt kann da rein, Cobblestone kann da rein, oh ich hab noch Blackberry. Aus Zucchini kann das spawnen. Und aus Seaweed. Okay. Und aus Ginger, haben wir Ginger? Ginger geh ich mal gucken. Warte mal. Ginger, 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 Ginger. Ich glaube nicht. Gibt's doch nicht. So, Cobblestone, Cobblestone, Oakwood, Oakwood, Dirt, Oakwood, Oakwood. Aber Seaweed haben wir hier. Glass pack ich woanders an. Cherrywood. Dirt. Ich glaube meine... Und Ginger haben wir auch. Jetzt gib mir mal die Gießkanne. Bitteschön. Merci. Wo ist sie da? Ich glaube ich mach mir mal ne neue. Damit der Nurtoker meine behalten kann. Ginger. Pssssss. Mach die Augen zu, dann weißt du, was Bier ist. Du, ich brauch ja nur auf einer Seite von deinem Gebäude ein Dach machen. Die andere Seite sehen wir eh nie, ne? Fuck you. Du machst halt anständig, sonst wirst du nicht bezahlt. Ich werde doch sowieso nicht bezahlt. Achso. Du machst trotzdem anständig. Menjo! Wir haben auch hier gar kein Knochenmehl mehr. Was? Natürlich. Also, da drüben nicht. Komm, ich bringe dir was her. Bring mal Neues mit. Irgendwie scheint das mit der Watering Can nicht zu klappen. Habe ich mir auch schon so gedacht. Also zumindest nicht mit allen. So, das ganze Knochenmehl habe ich rausgenommen. Komm, ich gucke mal, ob hier noch neue Samen sind. Also, wir haben hier Rubber, Schimmerleaf haben wir, Cinderpearl, Seeds, Seeds, ganz viele Seeds, Carrot, Flower, Tropical Regress, Tropical Regress, Oak Sapling, Jungle Sapling ist nichts Besonderes bei hier, oder? Kaktussamen, pompöse Granatenbaum. Ja, das ist unser Stichwort, denn wir müssen jetzt hier leider die Aufnahme rücken. Hör auf, es ist schon wieder soweit. Ja, hör mir auf. Genau, wie immer der Standardspruch. Ah, da ist ein Esel. Dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und da hinten ist ein echter Esel. Und schaltet das nächste Mal auch gerne wieder ein, denn da werdet ihr wahrscheinlich sehen, wie wir eine Questreihe vervollständigen. Ja, das klingt jetzt optimistisch, aber ich denke mal, das wird irgendwie doch schon zu machen sein. Ja, meinst du, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster. So, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da lehnst du dich jetzt aber wirklich weit aus dem Fenster.